Hi! In meiner Reihe Gesichter hinter der Sucht stelle ich dir heute Halka vor, die extra aus Frankreich nach Rosenheim gereist ist, um ihre Geschichte hier zu erzählen, was mich unheimlich gefreut hat. Halka hat Alkohol früher dazu benutzt, um Lebenskrisen und depressive Phasen zu überstehen. Besser ging es ihr dadurch natürlich nicht. Im Gegenteil, irgendwann merkte sie, die einzigen Phasen, in denen ich wirklich glücklich bin, sind die, in denen ich nicht trinke. Welche Konsequenzen sie daraus gezogen hat, das erzählt sie dir jetzt. Hallo, ich bin Halka, ich bin 50 Jahre alt, gelernte Ingenieurin und bin ursprünglich aus Berlin, wohne aber seit über 20 Jahren in Frankreich, davon vier Jahre in Indien. Wie ist Alkohol für dich zum Problem geworden? Also ich habe, ich glaube, mit 15, 16 das erste Mal Alkohol konsumiert und es war von Anfang an nie Genussmittel für mich, sondern es war immer Mittel, um eine Wirkung zu erzielen. Also es war für mich so eine Möglichkeit, meine Persönlichkeit anders darzustellen. Also ich war eigentlich ein schüchternes Kind, eher still, introvertiert. Und der Alkohol hat mir so eine Flucht, eine Flucht vor mir selber gebracht, aber ich habe es nicht problematisch gesehen. Also als ganz junges Mädchen bin ich halt gerne auf Partys gegangen und habe halt den Alkohol auf Putschmittel genommen, dass ich da halt eine ganz andere Persönlichkeit gezeigt habe, die ich eigentlich bin. Aber im Laufe des Lebens, als ich dann so Mitte 20 war, hat sich das geändert. Ich bin weniger weggegangen, ich habe mehr alleine getrunken und da wurde es auch richtig viel. Und es wurde, teilweise konnte ich das auch nicht kontrollieren, ein Glas gab es sowieso nicht und Genuss kann man nicht dazu sagen. Ich habe dann glücklicherweise meinen Mann getroffen und damit änderte sich mein ganzes Leben. Ich bin dann nach Frankreich ausgewandert und bin von einem Single-Leben, also ich habe so fünf Jahre allein gewohnt, wo ich dann auch konsumieren konnte, wann ich wollte, brauchte ich nicht verstecken, zu einem gemeinsamen Leben reingerauscht. Und mir ging es auch natürlich besser, weil ich verliebt war und ich war glücklich mit dieser, der Veränderung war auch mein Alkoholkonsum infrage gestellt. Also mit dieser Veränderung in meinem Leben musste ich mich meiner Umwelt sozusagen anpassen und da, wo ich reinkam, wurde wesentlich weniger Alkohol konsumiert. Also es war nur noch verknüpft mit gutem Essen und mit bestimmten Ritualen. Also ich konnte dann auch, es war nicht so einfach, aber ich konnte da mich anpassen. Also ich habe wesentlich weniger getrunken zu der Zeit und es war für mich auch der Beweis, ich habe das überwunden. Die Zeit, es war halt nur, ich wusste schon, dass ich viel getrunken habe, aber ich dachte, es ist alles okay jetzt, alles ist Happy End. Dann gab es noch eine Zeit, wo ich gar nicht getrunken habe, das war die Schwangerschaft und die Stillzeit. Das war eigentlich eine ganz tolle Zeit, da ging es mir richtig gut und auch danach habe ich weniger konsumiert. Wie ist Alkohol dann wieder zum Problem geworden? Es gab dann eine Zeit, ich bin dann wieder in Arbeit gekommen und hatte einen Projektleiterjob mit meinem kleinen Sohn. Ich war überfordert mit der Situation und ich denke, da fing ich wieder an, Alkohol zu trinken außerhalb der normalen Momente. Bis dahin war es halt auf einer Feier oder zum Essen und so weiter und da war, sobald ich also wieder in diesen Stress reinkam, war Alkohol für mich zum Runterkommen einfach. Und danach benutze ich wieder Alkohol für etwas. Und nach zwei Jahren war ich dann so fertig, dass ich, also ich war in so einem, in einer Situation, ich war zwischen zwei Stühlen, ich war nicht genug in der Arbeit, nicht perfekt genug in der Arbeit und nicht perfekt genug oder nicht genug mit meinem Sohn zusammen. Und das hat mich aufgefressen. Also ich bin dann wirklich zusammengebrochen, körperlich und psychisch und war arbeitsunfähig, wurde dann zwei Jahre arbeitsunfähig und habe aber weiterhin Alkohol konsumiert für meine Emotionen. Ich kannte es ja auch nicht anders. Für mich war Alkohol meine Rettung. Ich hätte nie gedacht, ich müsste Alkohol weglassen, um irgendwie wieder klarzukommen. Mir ging es so schlecht, dass es wirklich lange gedauert hat, dass ich wieder auf die Beine kam, also auch körperlich. Wie hast du getrunken? Für mich war es so ein Alkoholprogramm in der Woche. Also ich konnte montags bis donnerstags nichts trinken, wenn alles normal lief. Und dann fing ich an, im Prinzip gab es das Ritual mit meinem Mann, Freitagabend, das Bier. Bier und Pizza oder Aperitif, wenn Freunde da waren. Also es ging Freitagabend los und das Wochenende, je nachdem was passiert, war eigentlich das ganze Wochenende alkoholisiert. Also es wurde aber immer zum Essen getrunken und wenn es mir aber nicht gut ging, habe ich dann abends getrunken vor dem Fernsehen, was überhaupt nicht üblich ist normalerweise. Also mein Mann würde das nie machen oder selten machen oder ich habe gewartet, bis er ins Bett geht. Er geht immer früher ins Bett als ich und dann habe ich mir noch was eingegossen, um mich zu beruhigen, um dieses schlechte Gefühl wegzudrücken, um zu verdrängen, um schlafen zu können. Also ich hatte dann Schlafprobleme, extreme Schlafprobleme, Riesenängste entwickelt in den letzten Jahren, die ich auch durch Therapie nur bedingt aufarbeiten konnte. Also ich konnte viel aufarbeiten, aber es wurde, es blieb nie lange gut. Also es waren so gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und in den schlechten Zeiten habe ich dann sozusagen mich noch mehr vergiftet, damit es mir noch schlechter geht. Also ich habe nicht unbedingt jeden Tag an Alkohol gedacht. Also für mich war Alkohol einfach da am Wochenende. Ich habe mich schon aufs Wochenende gefreut. Jetzt kannst du was trinken. Und wenn ich in der Woche getrunken habe, habe ich dann heimlich getrunken, würde ich sagen. Warum wolltest du aufhören zu trinken? Also es gibt sicherlich viele Situationen, ich sage, die möchte ich eigentlich am liebsten nicht gelebt haben. An sich, ich würde sagen, schäme ich mich für die Momente, in denen ich eigentlich Alkohol mich zu einer anderen Person gemacht hat. Und besonders gibt es eine Momente, da waren wir in Indien auf einer Party. Also es waren da auch sehr viele Menschen, sehr viele Party-Menschen unterwegs. Also die Expat-Community hat sehr viele Partys gemacht. Und da gab es so Tequila-Runden, wo dann eigentlich mal so animiert wurde, Tequila zu trinken, was ich überhaupt nicht vertrage. Und da klickte bei mir wirklich um und ich wurde wirklich zu jemand ganz anderem. Und das ist mir, ich musste dann wieder nach Hause. Also es war erst, also es kommt darauf an. Also diese Szene mit Tequila, das hat mich, Tequila hat mich aufgeputscht. Ich war total extrovertiert und ich redete Blödsinn eigentlich. Also es ist überhaupt nicht mein, ich bin jemand, der immer sehr viel nachdenkt, bevor ich was sage. Und ich wurde auch verletzend. Und wenn dann die Wirkung nachgelassen hat, dann wurde ich auch weinerlich. Also plötzlich brach ich zusammen und wurde Opfer. Und was aber allerdings noch viel schlimmer ist, war nach so einem Gelage, dass ich da eigentlich wirklich so Dramen mir kreiert habe. Und negative Gedankenkarussells in mir wirkten, sodass ich auch Leute verletzt habe und nicht wirklich liebevoll war dann. Also es waren diese zwei Persönlichkeiten, mit denen ich gelebt habe im Prinzip. Ich wollte dann irgendwann aufhören zu trinken, als ich begriffen habe, was der Alkohol anrichtet im Gehirn. Das war für mich der, wie so ein erleuchtender Moment. Also ich habe dich, Nathalie, gefunden, wirklich auf solche, so zufällig im Algorithmus von YouTube. Das hat mir so den Anschluss gegeben, dass ich den Alkohol überhaupt angeguckt habe. Und dass der überhaupt problematisch sein kann, war für mich gar nicht auf dem Schirm. Also problematisch war er für den Körper, aber für die Psyche, das war mir überhaupt nicht klar. Das habe ich nicht angeguckt. Ich hätte es ja auch googeln können, aber ich habe es nicht gesehen. Und als ich das dann erkannt habe, das war wirklich so ein klarer Moment, dann ging alles ganz schnell. Also ich habe sofort alles gelesen, was ich lesen konnte, gehört, was ich hören konnte, Podcasts. Also es war für mich wie so ein Erweckungsmoment, wenn man das so religiös beschreibt. Und dann ging es eigentlich relativ schnell und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich versuche es jetzt einfach mal zu reduzieren. Oder einfach mal so wie Fasten, Alkoholfasten habe ich probiert. Das war auch in der Fastenzeit. Mein Mann hat auch mitgemacht, fand er toll. Und da ging es mir so gut und es fiel mir relativ leicht, weil er auch mitgemacht hat. Aber das war dann so drei Wochen und dann dachte ich, ach naja, jetzt bist du wieder eingeladen, trinkst wieder was. Und dann ging es mir wieder schlechter. Und dann dachte ich, nee, da passiert irgendwas mit mir. Und dann hat sich das eigentlich ganz schnell ergeben, dass ich, ich habe dann noch bei einigen Partys noch was getrunken und es wurde eigentlich immer weniger. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt, wenn, dann musst du jetzt, jetzt den Schlussstrich ziehen und es einfach ausprobieren. Es war für mich so, es fühlte sich wie eine letzte Chance an, gesund zu werden, auf ein anderes Leben, auf ein positiveres Leben zu blicken zu können. Also es war, ich hatte so richtig Lust drauf, das auszuprobieren. Also eines Tages sagte ich, jetzt ist das letzte Glas, das ist es jetzt. Und habe das auch sofort meinem Mann gesagt. Er hat gesagt, so, Schiri, jetzt kommst du damit klar, wenn ich jetzt kein Alkohol mehr trinke. Und das war für mich wirklich, ich habe wirklich darüber nachgedacht lang, kannst du das jetzt aussprechen? Kann er das überhaupt leben, dass ich nicht mehr mit ihm den Wein trinke, den Champagner, den Aperitif und so weiter? Und ich habe gesagt, ich kann damit leben und er muss damit leben. Und er hat gesagt, toll, super, hat mich sofort unterstützt und ist auch bisher stolz auf mich, dass ich das so entschlossen habe. Für ihn kam das aus dem Nichts. Ich habe nie darüber geredet, dass ich nie wieder Alkohol trinken will. Für ihn war das so, sie hat es sich vorgenommen, sie macht es. Und seitdem bin ich, das ist jetzt über zwei Jahre her, lebe ich nüchtern. Und das ist wunderbar. Was sind deine größten Aha-Erlebnisse? Also mein größtes Aha-Erlebnis ist, wie die Wirkung des Alkohols aufs Gehirn und auf die Persönlichkeit ist. Also das war für mich unwahrscheinlich verändernd. Und ich konnte da auch ganz schnell wieder richtig klar denken. Dieser klare Kopf am Morgen, das hat mich sowas von überrascht. Mich hat überrascht, dass plötzlich Gefühle hochkamen, die ich überhaupt nicht mehr kannte. Also besonders die positiven natürlich. Also es gab natürlich diese rosa-pinke Wolke oder ich sage mal eher pinke Momente, wo ich richtig geflasht war von so einer Welle von positiven Gefühlen. Ich konnte wunderbar die Wolken beobachten und war so was von glücklich darüber. Da zu sein einfach. Und ich habe früher immer eigentlich ständig in meinen negativen Gedanken gefangen, sodass ich eigentlich nicht solche Momente gesehen habe. Oder wenig. Weniger. Ich habe, was mich auch unheimlich überrascht hat, war, dass man einfach Gefühle aushalten kann. Auch wenn sie negativ waren. Also natürlich in den letzten zwei Jahren gab es immer Momente, das war Pandemiezeit. Ich habe wahnsinnige Angst gehabt um meine Familie, um meine überhaupt Angst vor dieser Situation. Und ich habe gelernt, das kann man aushalten, ohne sich zu betäuben. Und je länger es gedauert hat, dass ich Abstinenz lebte, desto besser habe ich es gelernt. Und ich habe auch wirklich die Probleme angeschaut und konnte sie lösen. Natürlich habe ich mir Hilfe gesucht oder habe daran gearbeitet. Und bin da in ein großes Selbstvertrauen gekommen, dass ich mich jetzt auf mich verlassen kann. Ich kann dazu auch noch eins sagen, meine Verbindungen zu anderen Menschen haben sich verändert. Sie sind wesentlich intensiver und authentischer. Es sind einige Menschen aus meinem Leben verschwunden, die mich in der Veränderung nicht mehr begleiten konnten. Die das nicht verstanden haben, dass ich mich plötzlich ganz anders verhalte. Und das ist auch ein Prozess, dass ich mich von einer toxischen Substanz verabschiede, aber auch von den toxischen Menschen und Situationen. Und das hätte ich früher nicht mal gesehen, dass es toxische Momente sind und Menschen. Und das macht mich echt glücklich. Und das macht mir Hoffnung auf noch viel, viel bessere Momente und schönere Begegnungen. Und ich, auch mit meiner Familie, meiner Ursprungsfamilie, da haben sich so viele innigere Momente ergeben, die wir früher wahrscheinlich nicht so gehabt hätten. Also ich bin da sehr, sehr dankbar über jeden Moment und jeden Tag. Wie lautet dein bester Tipp für alle, die aufhören wollen? Also ich würde, wenn ich mir schon Gedanken darüber mache, dass Alkohol schlecht ist für mich, es einfach mal probieren. Ohne. Ohne erst mal zu sagen, für immer. Ohne sich zu fragen, bin ich Alkoholikerin oder nicht. Ich würde einfach das weglassen und es testen. Es ist wirklich, es lohnt sich. Es lohnt sich, das auszutesten. Es ist eine schädliche Substanz. Sobald es meine Gesundheit, meine Psyche angreift, ich würde es weglassen. Und dann würde ich mir Hilfe suchen. Andere Menschen kontaktieren, die das schon geschafft haben. Und so viel wie möglich lesen und so viel wie möglich sich Hilfe von außen suchen. Gib Halka einen Daumen hoch, hoch nach Frankreich und abonniere auf jeden Fall diesen Kanal hier. Hier gibt es in Zukunft noch mehr von diesen berührenden, ehrlichen, motivierenden Geschichten. Ich drücke dich, ich wünsche dir alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Musik 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 Amen.